hallo leute guten abend leute heute machen wir mal was anderes heute machen wir mal kunst vielmehr wir versuchen das schauen wir mal was bei rum kommt und wünschen euch viel spaß wir lassen die kamera einfach mal laufen also einmal kurz zur erklärung machen heute light painting das heißt die andere kamera die da hinten steht die steht auf dauerbelichten wo wir malen dann mit lampen mit neon röhren sachen ins bild und solange ich in bewegung bleibe auch wenn es lustig aussieht bin ich im bild nicht zu sehen hinterher so wir erstmal improvisieren und ein bisschen hier farben rein ziehen kannst du da weg du kannst mal auslösen und ziehe ich da mal ein bisschen farben rein du musst im richtigen moment dann wieder ausmachen weil ich die dinger hier ja nicht rauskriege fertig sieht man mich schon auf dem bild ja 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 zähl an und drückt dann mit der lampe die am bauch hängen hast jetzt haben hier schon wieder was verklickte ja aber jetzt sehe ich trotzdem ne ja ja zähl an bei drei dann ja 1 2 3 ich habe ich das drüber legen habe ich wohl das mal eben so ich habe es ok 1 2 3 weg nehmen ja 3 2 1 go Heiko? Ja. Und drüber. Ja. Und 3, 2, 1, wieder weg. Ja, 3, 2, 1. Ja. Und wieder drüber. Seht ihr, wie toll der Heiko tanzen kann? Er hat voll die Moves. Fertig? Ja. 3, 2, 1, go. Ja. Und drüber. Ja. So. Was jetzt? Versuche ich eine Kugel zu machen. Weg? Er sagt, du musst anzählen. Ich sehe es nicht. Achso. Ihr habt bei 3, ne? Ja. 1, 2, 3. Und wieder drüber. Ja, drüber. Wollt ihr dich vielleicht erst mal gucken, bevor du dich hier völlig verausgast? Ja, geht doch nicht. Ja, ich weiß, verarbeiten und dann erst mal gucken, wie das jetzt geworden ist. Ja, okay. Und ab. Habt ihr denn Heikos Moves gesehen? Gabi will einen Kackhaufen machen. Ich habe aber kein braunes Licht. Also wir sind hier an einem See und der erste Vogel beschwert sich schon, ne? Ich kann ja mal einmal für euch leuchten. Nehmen wir die Kamera und zeig den Leuten mal, wo wir sind. Aber die stand doch gerade so gut. Ja, da sieht man aber nicht wirklich viel. Achso. Wir können mal in die Richtung leuchten. Es ist finsterste Nacht. Kannst du noch mal vorher tänzeln? Ich muss gucken, ob die Kamera richtig steht. Ja, warte. Ja, an dem Weg entlang, ne? Tada! Ja, ich glaube, ich habe es drauf. So sieht es aus, wenn Heiko getanzt hat. Ja, ich kann meinen Namen tanzen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Heiko heißt. Wobei dieser runde Ballast würde das O gewesen sein. Ich tanze so scheiße, die Leute denken, ich heiße Ambrosius. Warum nicht? Ich wollte was schreiben. Schreiben? Ich will mal versuchen zu schreiben. Okay. Deshalb wollte ich ja blau, die blaue Lampe haben. Die hier. Ja, oder die... Ne, sie ist besser. Spermalampe. Die Spermalampe. Wir haben nämlich eine Spermalampe. Du sagst Stopp, dann hänge ich drüber, ne? Ja. Drei, zwei, eins, go. Stopp. Drei, zwei, eins. Stopp. Drei, zwei, eins. Stopp. Drei, zwei, eins. Das war ja auch schließlich mein erster Versuch. Wir kriegen die Gabi hier noch zum Tanzen. Nein. Fertig? Ja. Das ist ein Bild. Da steht Sprex. Aber komm, guck mal, das bei den Tics, das sieht doch gut aus. Soll ich mal einfach... Na ja, also es sind Buchstaben geworden. Es sind Buchstaben geworden, aber nicht so, wie ich erhofft hatte. Ich versuch das mal. Ja. Los. Ja. 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 Los. 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 Ja. 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 Los. Ja. Ja. Da. Doch, ja. weiter los ok stopp los los stopp los los stopp ja ja los stopp los 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 Scheiße, ich seh gar nichts. Das ist richtig übel. Ja, aber du musst noch ein paar Schritte. Ja. Ein paar Schritte musst du noch. Wenn es gleich platscht, bin ich im Wasser. Da sehe ich deutlich mehr. Ja, ist klar. Geht es jetzt einen Weg hoch? Ja. Dann bin ich nur auf dem Boden bleiben. Ja. Haben hier schon Jedi verloren gegangen, ne? Na ja. So, fertig. Ja. 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 Ja.